Oh, da ist dunkel. Sehr was? Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber wenn du auf dem Weg zum Berg bist, würde ich dich begleiten zu dürfen. Ich habe nämlich meine Lampe verloren. Die Klo-Opa. Klau doch's damit. Vorsicht, da sind tiefe Löcher im Boden. Laufe lieber rechts und lang. Bist du auch auf dem Weg zum Berg, um nach der goldenen Macht zu suchen? Dieser Berg liegt direkt vor uns, aber ich möchte dir einen guten Rat geben. Viele sind bei der Suche nach der goldenen Macht schon spurlos verschwunden. Hör auf meinen Rat und gib deinen Plan auf. Ich meine es nur gut. Klo-Opa. Eben nicht. Geh hier lieber nach rechts, weißt du. Ich habe eine Enkelin in deinem Alter. Der König ließ sie auf seinen Burg verschleppen und sie kehrt nieder zurück. Sicher steckt der Zauberer dahinter. Es ist Teil seiner bösartigen Pläne. Ich vermute, Arganim versucht durch die Entführung der Mädchen, dem Nachfahren der sieben Weisen, Sinn sich ihre besonderen Kräfte zum Nutze zu machen. Und wir sind schon da. Da haben wir es geschafft. Die befermissten Mädchen sind bestimmt noch am Leben. Ich glaube fest daran, dass eines Tages in Helderscheinheiten sie befreien dir. Entschuldige, dass ich so viel rede, aber vielen Dank, dass du mir ja freundlich zugehört hast. Noch etwas, falls du in einem magischen Teleporter gerätst, dann schaue in diesen Spiegel. Du hast die Zauberer gehört, klar, blau und tschu. Was ist das? Fühlst du dich, wie etwas versucht, dich in eine andere Welt hineinzuziehen? Dann gehen wir da mal hin. Es wird wahrscheinlich irgendetwas Schönes drin sein. Eine Ruine. Noch eine Ruine. Noch eine Ruine. Und hier. Nix. x 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 Gott, ich bin es Sarah, ein guter Rat von mir, der dir helfen wird. Steige auf den Brillenfelsen, von dort erreichst du Hera's Turm auf dem Todesberg. Jetzt haben wir schon wieder einen Herstall hier. Das ist nicht das erste Mal. Idealisch hochklettern, yay! Das ist nicht das erste Mal. Muss ein Bier? Achso, da habe ich das noch mal, dass wir eh schon mal hatten. Und jetzt machen wir folgendes Ding. Cool, da können wir noch nicht sein. Was können wir mit Tarsen? Ach, Tars ist es gut. Wir sind da Tarsen. Oh yeah! Was ist hier? Oh, eine Fee. Okay, das bringt uns das nicht viel weiter. Also das ist ein Bier, wir werden nicht so verbunden. Mögen, der ist doch ein Bier, da geht nur auf jeden Fall her. Dib, 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 Dib 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 Zähl, späre die Löffel auf. Das bringt halt diese Welt fast identisch mit Hyrule Schöpfen. Was das bedeutet? Sei es zu allem und jedem in Hyrule gibt es sein Gegenstück in dieser Welt. Die goldene Macht verwandelt jeden, der in dieser Welt kommt, in sein wahres Ich. Ich zum Beispiel ändere ständig meine Meinung, so wie wurde ich zu einem Balken. Die Mondperle aber hilft dir, deine ursprüngliche Gestalt bewahren zu können. Was willst du hier? Bildest du dir ein, du Hasenfußkasten mehr ausrichten als ich? Ich suche die goldene Macht und was ist es mir geworden? Ich kann nicht mehr zurück. Wenn ich nur die Mondperle aus Heras Turm hätte, dann könnte ich mich zurückfragen. Ist doch kein Wunder, dass ich so gereizt bin, oder? Nun lass mich endlich ruhen. Mein Herz. Besser könntest du euch noch einen Herz. So. So und jetzt gehen wir nach hinten. Und was finden wir hier? Jaaaiiiäiii. Halt dir das Master Shwert hoch und du wirst das Luft mit an die Augen kommen. Das Master Shwert. Das hab ich leider nicht. Aber... ... ... ... Das war doch nicht so... ... 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 So meine lieben Freunde, ich würde mal sagen, ich hole mir den Boden, und da werden wir beim nächsten Mal wieder, also das wird jetzt eine Auflagepause, und wir sehen uns das nächste Mal, wenn ich diesen Turm beschreite. Also, bis zum nächsten Mal, euer Goi-Tour.